Hier am Institut für Hofer-Grenztechnik der RWTH Aachen beschäftigen wir uns schon seit langer Zeit mit der Vermessung elektromagnetischer Felder. Natürlich auch im Bereich Umfeld Emissionen von Mobilfunk-Basisstationen, zum Beispiel gerade aktuell auch mit 5G. Momentan sind wir am Institut für Hofer-Grenztechnik deutschlandweit führend im Bereich der 5G Hochrechnungsverfahren und Feldbestimmung aktiv. Im Projekt GIGA4HEALTH werden wir das einbringen, um einen sicheren Betrieb von Medizingeräten im Krankenhaus möglich zu machen und damit den sicheren Aufbau des 5G-Netzes in dem Krankenhaus zu ermöglichen. Durch die Untersuchung und Messung der abgestrahlten Felder der 5G-Anlagen können wir sicherstellen, dass keine Funktionsstörungen der medizinischen Geräte auftreten und die notwendigen Sicherheitsabstände korrekt ermittelt werden. Wir hoffen uns in dem Projekt am Ende auch Planungsgrundlagen zusammenstellen zu können, so dass auch in anderen Krankenhäusern 5G-Netze problemlos aufgebaut werden können und ein sicherer Betrieb möglich ist.